Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zu der nächsten Folge von 9 Spiele, 9 Prognosen. In der Bundesliga sind 9 Spieltage rum, sprich der 10. steht vor der Tür und somit wird es wieder Zeit für meine Vorhersagen. Und das für folgende 9 Partien. Am Freitagabend haben wir als Auftakt in diese Woche Schalke gegen Hoffenheim. Samstag in der Konferenz empfängt Frankfurt Leverkusen, Stuttgart Bochum, Wolfsburg Gladbach sowie Werder Bremen Mainz 05. Das offizielle Topspiel der Woche, zumindest von der Anstoßzeit her, findet in Leipzig statt. RB empfängt Hertha BSC und am Sonntag dann noch 3 Spiele mit Köln gegen Augsburg und den Top 4 der Bundesliga im direkten Duell Union Berlin gegen Borussia Dortmund und Bayern München gegen den SC Freiburg. Das also die 9 Spiele und jetzt gibt es für jedes Spiel meine Prognose. Legen wir los, aber erstmal mit dem Blick zurück auf das vergangene Wochenende. Und ja, wir sehen auf der rechten Seite relativ viel Rot und das spricht nicht zwingend für mich. Wir gehen nochmal jedes Spiel einzeln durch. Bei Hoffenheim gegen Bremen war ich mir sicher, dass wir viele Tore sehen werden. Ich habe deswegen gesagt, es fallen mindestens 4 Tore. Am Ende waren es 3. Wenn man sich das Spiel angesehen hat, hätten es auch gut und gerne 4, 5 oder vielleicht sogar 6 werden können. Denn es war ein gutes Spiel, es ging hin und her, es gab einige Chancen. Ja, leider ein Tor zu wenig, damit meine Prognose richtig ist. Richtig lag ich aber im VfL Bochum, wo ich dann nicht gedacht hätte, dass sie 3-0 gegen Frankfurt gewinnen. Aber ich habe schon mir gedacht, dass sie besser performen im Vergleich zur Vorwoche gegen Leipzig, dass sie mindestens ein Tor machen. Und genau das haben sie ja getan. Leverkusen hat dagegen Schalke deutlich mit 4 zu 0 gewonnen. Ich habe ja generell getippt, dass sie auf jeden Fall die zweite Halter für sich entscheiden werden. Am Ende haben sie die erste 2-0 gewonnen. Die zweite 2-0 gewonnen, ergibt ein 4 zu 0. Und somit lag ich auch hier vollkommen richtig. Falsch war meine Prognose für Mainz gegen Leipzig, welches ja unentschieden mit 1 zu 1 endete. Ich hatte ja gesagt, RB gewinnt und das eben dann auch mit mindestens 2 Toren Differenz. Sie haben erstmal ja gar nicht gewonnen und hatten auch nicht wirklich eine Differenz im Ergebnis drin. Deswegen war ich da relativ weit weg. Augsburg gegen Wolfsburg war ja das zu erwartende, relativ ausgeglichene Spiel. Meine Prognose war ja, dass der FCA in Führung gehen wird. Die Chancen waren da, aber das 1 zu 0 hat dann der VfL Wolfsburg gemacht. Ich hatte ja beim Topspiel der Woche einfach ganz normal rausgehauen. Bayern gewinnt das Ding nicht mehr, nicht weniger. Ja, waren unentschieden kurz vor Schluss. Danke dafür. Und torreiches Derby gab es da zwischen Gladbach und Köln hätte ich nicht so gedacht. Deswegen habe ich auch getippt, dass in der Halbzeit 1 sogar keiner treffen wird. Ja, da haben dann beide sogar getroffen. Gladbach zweimal, einmal Köln. Deswegen war ich auch da sehr, sehr weit weg. Fast richtig war Hertha gegen Freiburg. Da habe ich nämlich gesagt, dass in der ersten Halbzeit mehr Tore fallen. In beiden Halbzeiten sind zwei Tore gefallen. Sprich, da war man jetzt nicht ganz so weit weg. Und komplett richtig war ich dann zumindest nochmal bei Stuttgart gegen Union mit dem Premier zur Pause. Denn das gab es ja auch 0 zu 0. Am Ende ja 1 zu 0 für Union. Somit 3 von 9 richtig. Das geht auf jeden Fall deutlich besser. Und deswegen greife ich wieder an mit meinen neuen Prognosen für diese 9 Spiele für den 10. Spieltag. Und wir legen los mit Schalke gegen Hoffenheim. Wie man hört oder wie man interpretieren konnte, ist es das Endspiel für Frank Kramer als Schalke-Trainer. Verliert er, fliegt er. Ja, und alles andere muss man dann mal sehen. Auf jeden Fall steht Schalke ordentlich unter Zugzwang. Hier eine deutlich, deutlich bessere Leistung zu bringen als in der Vorwoche gegen Leverkusen. Und das war natürlich auch viel zu wenig. Hoffenheim hat letzte Woche ja aber auch verloren gegen Mitaufsteiger Werder Bremen. 1 zu 2. Es war aber sicherlich ein Spiel, welches ohnehin schon hätte enden können. Deswegen würde ich Hoffenheim da jetzt nicht schlechter reden, als sie es da einfach gemacht haben. Sie sind für mich hier der klare Favorit. Und werden vor allen Dingen auch dann das Spiel auf seine Seite wahrscheinlich ziehen. Ja, in einer Phase, wo Schalke oftmals Probleme hat. Und das ist Mitte, Ende der zweiten Halbzeit. Deswegen tippe ich, dass zwischen der 60. und 80. Minute die TSG ein Tor machen wird. Frankfurt gegen Leverkusen. Zwei Vereine, die ganz verschiedene Wochen hinter sich haben. Frankfurt hat 0 zu 3 verloren gegen Bochum. Leverkusen hat 4 zu 0 gewonnen gegen Schalke. Trotzdem sind das meiner Meinung nach nicht zwingend die Maßstäbe von beiden Mannschaften, die man hier setzen sollte. Denn Leverkusen hat gegen ein unglaublich schwaches Schalke gespielt, die es auch schon auch leicht gemacht haben für Bayers Offensive, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Und Frankfurt hat halt mal wieder so ein Spiel drin gehabt, jetzt gegen Bochum mit dem 0 zu 3, wo sie halt einfach nicht gut genug waren, was sie aber halt diese Saison immer mal wieder drin haben. Deswegen könnte es jetzt auch wieder ein sehr, sehr ausgeglichenes Duell werden. Ich glaube auf jeden Fall daran, dass beide Mannschaften einige Torchancen haben, wenn es auch einige Tore fallen. Deswegen sage ich, hier sehen wir mindestens vier Tore. Stuttgart gegen Bochum ist ja ein typisches Duell im Abstiegskampf, denn der 17. trifft auf den 18. Stuttgart fünf Punkte, Bochum vier Punkte, Schalke davon mit sechs Punkten. Also es ist vor allem auch unter diesen drei natürlich unglaublich eng. Und deswegen natürlich auch für Stuttgart ein unglaublich wichtiges Spiel nach dem Trainerwechsel, hier zu Hause vor heimischer Kulisse direkt mal im besten Falle drei Punkte mitzunehmen. Letzte Woche gab es die bittere 0 zu 1 Pleite gegen Union Berlin. Bochum hingegen wie angerissen konnte gewinnen, gegen Eintracht Frankfurt mit dem 3 zu 0. Deswegen ist natürlich klar, Bochum kommt mit einem ganz anderen Selbsttrauen daher. Trotzdem war es halt erst der erste Sieg. Das darf man eben auch nicht vergessen. Und ich glaube schon, dass Stuttgart dieser Trainerwechsel gut tun wird. Es wird sie ein bisschen beflügeln. Und deswegen sage ich, der VfB wird hier in Führung gehen. Wolfsburg gegen Gladbach ist für mich ein Spiel, wo, wenn alles normal läuft, die Borussia das Ding normalerweise für sich entscheiden sollte. Gladbach spielt eine gute Saison, steht auf Platz sechs mit 15 Punkten. Platz zwei gerade mal drei Punkte weg. Also man ist sehr, sehr nah oben mit dabei. Und konnte letzte Woche ja das Derby mit 5 zu 2 gegen Köln gewinnen. Der VfB Wolfsburg hingegen letzte Woche 1 zu 1 gegen Augsburg. Man ist unten mit dabei. Nur drei Punkte weg vom Relegationsplatz. Sie überzeugen mich auch einfach rein leistungstechnisch nicht. Und deswegen glaube ich hier, dass zum einen Gladbach die besseren Chancen hat. Und vor allem Wolfsburg offensiv weiterhin relativ ungefährlich bleibt. Und sie werden hier, wenn überhaupt, höchstens ein Tor machen. Werder Bremen gegen Mainz 05 ist natürlich dann ein sehr, sehr interessantes Duell. Vor allem mit Blick auf Werder. Was die bislang für eine Saison spielen, ist spektakulär. Es ist überragend. Punktgleich mit Gladbach. Man ist aktuell Fünfter. Das sagt einfach alles aus. Und on top holt man sich die Ergebnisse nicht irgendwie durch Spielglück oder durch kompakte Defensive und nur hinten einigeln irgendwie 1 zu 0 gewinnen. Nein, man gewinnt Spiele, weil man Bock hat, Spiele zu gewinnen. Wenn man Bock hat, Fußball zu spielen. Und das macht einfach Spaß zuzusehen. Mainz 05 letzte Woche 1-1-Gespiel gegen Leipzig. Kommen nicht so richtig raus aus dem unteren Tabellenmittelfeld. Das ist ein okayer Saisonstart. Mehr aber nicht. Für mich ist Bremen hier schon der Favorit. Und ich glaube, dass sie vor allem noch offensiv so weitermachen werden wie zuletzt. Bremen schießt mindestens zwei Tore. Leipzig gegen Hertha ist für mich ein Spiel, was unglaublich schwer einzuschätzen ist. RB auch unter Rose. Ja, leistungsmäßig vielleicht einen Ticken besser. Punktemäßig aber immer noch nicht da, wo man natürlich sein will. Und die Hertha ist zwar punktemäßig auch noch nicht überragend. Man ist halt nur auf Platz 14, nur zwei Punkte vor Platz 16, nur drei Punkte vor Platz 17. Aber ich finde schon, dass es die Hertha mittlerweile echt gut macht. Und mit der Taktik, die sie aktuell fahren, hohes Pressing, Umschaltspiel, Laufintensiv. Das kann schon wirklich gut funktionieren, mittelfristig im Laufe der Saison. Deswegen schwer zu sagen, wer das hier für sich ziehen wird. Natürlich ist RB individuell das bessere Team. Trotzdem glaube ich daran, dass Hertha Leipzig ärgern kann. Und glaube deswegen auch, dass das Spiel in der zweiten Hälfte so richtig Fahrt aufnehmen kann. Deswegen werden wir auch in der zweiten Halbzeit mehr Tore sehen. Köln gegen Augsburg am Sonntagnachmittag ist natürlich für die Kölner die Chance auf Wiedergutmachung feimischer Kulisse. Nach der 2 zu 5 Derby Pleite und für Augsburg die Chance, die nächsten wichtigen Punkte zu sammeln. Aktuell Platz 10, 13 Punkte. Köln Platz 9 ebenso mit 13 Punkten. Klingt erstmal ausgeglichen. Ich bin mir trotzdem sicher, dass Köln ein bisschen mehr für Spiel auch machen wird. Ein bisschen offensiver agiert. Und deswegen wird der FC auch zu mehr Torchancen kommen. Und schlussendlich damit auch mehr Schüsse abgeben. Union Berlin gegen Borussia Dortmund ist das eine von den absoluten 2 Top-Duellen an diesem Wochenende am Sonntag. Union 1. gegen Dortmund 4. Die beiden Teams trennen gerade mal 4 Punkte. Natürlich auch damit die große Chance für den BVB ja oben wieder ganz nah ranzukommen. Natürlich will man dieses Spiel gewinnen. Aber natürlich will auch Union weiter ungeschlagen bleiben. Ich glaube beide Teams wissen ganz genau was hier auf dem Spiel steht. Oder wie wichtig dieses Spiel auch einfach für den weiteren Saisonverlauf sein kann. Und werden beide das Spiel auch zugleichermaßen ungefähr machen wollen. Und natürlich auch beide über Umschaltaktionen zum Erfolg kommen. Ich sage hier, dass kein Team am Ende mehr als 60% Ballbesitz haben wird. Zu guter Letzt kommen wir zum FC Bayern München und dem SC Freiburg. Auch das ein Topspiel. Dritter gegen Zweiter. Bayern 16 Punkte, Freiburg 18 Punkte. Da haben wir natürlich auch die Chance für den FCB, den SC direkt mal zu überholen mit einem Sieg. Ich glaube auch hier, dass wir ein gutes Fußballspiel sehen werden. Ich glaube nicht, dass Bayern irgendwie Freiburg abschlachten wird oder abknallen wird mit einem hohen Sieg. Also ich glaube schon, dass auch Freiburg gut mitspielen kann. Und deswegen werden wir hier auch mindestens 20 Torschüsse sehen. Und somit sind das meine neuen Prognosen für diesen Spieltag. Schaut eure Tipps mal gerne in die Kommentare. Checkt auch gleich gerne alle gegen Thiele ab. Sprich meine neuen spezifischen Tipps für diese Spiele. Sprich die Ergebnisse, wie ich sie tippe. Auch das kommt natürlich heute noch online. Und in dem Sinne sage ich, macht's gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.